Leute wo sind wir hier das nicht die Welt von Mario ist das schön hier im Mario Land nein das hab ich erbaut Mario ist mein kleiner Bruder der mir immer alles wegschnappen will diesmal habe ich ihn gefangen wenn ihr ihn wieder haben wollt dann müsst ihr durch mein Parcours gehen können wir ihn jetzt retten wenn ihr durchkommt könnt ihr ihn retten ok wie viele leben haben wir wir haben fünf Leben das ist großzügig bis dann also wollen wir jetzt loslegen ja ok also alle nur noch vier legen ok er ist gesprungen ja ich habe gedrückt aber anscheinend ist es dann rausgegangen und es war schon draußen ok ja ich wollte nur was probieren der ist was zu drücken was wer will in eingesaugt werden ich will eingesaugt werden hast du noch eine Falle ja dann gehe ich nicht dann darf Jessie gehen Patex hat mehr Leben was ist das so übertrieben ist oh du hast eine Mitte hier gelassen wie nett oh ne doch nicht ich geh mal in die Röhre Patex mal sieht sich die Sehnung ist auf der anderen Seite tschüss oh das sind Koopa oh 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 ok Leute wir brauchen ne Taktik ne Taktik ok Taktik oh shit hier kann man ja runterspulen oh oh hey was hat das so übertrieben das hat die Mama erwischt ey oh 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 Jessie geht vor was warum weil Patex und ich gerade gestorben sind und du nicht ja aber ich hab nur zwei und eine drei mann Jessie nicht diskutieren gucken alle auf mich die diese Böse oh Gott ich glaub die erwischen uns doch du musst einfach du musst nur durchlaufen ja komm Jess du hier bitte schön danke Patex jetzt ist deine Chance ok sei ein Held ok Patex sei ein Held what ich will ja nicht durchgehen ich hab Angst vor dem Rauch ich hab keine Rakete gesehen ich hab einfach nur gesehen wie Patex zerfetzt wurde ja es hat einfach bumm gemacht ich hab schon gedrückt es ist euer Glück ok das Ding ist safe das war so typisch äh was hä was war das denn das hat mich verwirrt das hat mich verwirrt what the fuck guck mal man kann an den Dinger gar nicht sterben detto terrifying yes Ich schaff das ich schaff das schaff das yeah gut gemacht Madessa java okay oder jaja ich hab nur zwei Ja doch, du bist... Er hat wahrscheinlich gar keins mehr. Wahrscheinlich. Okay, sei ich voll jetzt? Das zählt nicht. Doch, du wolltest es. Komm, wollt ihr... Willst du Mario retten oder nicht? Ja, ich möchte Mario retten. Ich möchte Mario retten. Ich möchte nicht mehr. Das ist mir zu heiß. Jesse, nicht runterfallen beim Sprung, ne? Ich überlege gerade, ob ich direkt auf die zweite da springen kann. Ja, probier. Ja, probier. Nee, schaffst du nicht. Da ist noch eine Falle, Patex. Patex hat zwei. Ich habe eins. Alles klar, ich muss durch. Hui. Hui. Was? Patex? Äh, Alter, du bist auch nicht weg. Patex? Ich sehe nichts. Nein, ich bin in einem geheimen Raum, da ist ein Geist. Was? Oh, hört sich nicht gut an. Es war auch nicht sehr gesund. Spring rein. Arschbombe. Äh, wo bist du? Arschbombe. Warte auf mich. Ähm. Oh. Nee, nee, nee. Ich gehe nicht vor. Ich trau mich nicht. Oh, komm, wie süß. Okay, ich trau mich. Oh. Wo ist das hoch? Wo ist das hoch? Oh, es geht runter. Ich fahre runter. Tschüss, Welt. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Ein tolles Finale. Äh, Leute, ist das das Ende? Wer ist jetzt am Ende? Der Raum macht mir irgendwie Angst. Ich finde den irgendwie cool. super gruselig. Leute, da ist Bowser. Oh mein Gott. Wo ist Luigi? Ich wusste es. Ihr habt es nicht geschafft, durch meinen Parcours des Todes zu kommen. Deswegen könnt ihr Mario nicht retten. Hey, Mario. Hallo da. Ihr habt es nicht geschafft. Ihr habt Mario nicht befreit. Nein. Ich habe mich extra mit Bowser zusammengetan. Denn er wird euch heute bestrafen dafür, dass ihr den Parcours nicht geschafft habt. Dafür habe ich meine Goomba-Armee geholt. Sie wird mich festhalten. Wir nicht kniften. Nein. Tümmt sie an. Nein. 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 Patekst, wir haben Jessie verloren. Oh nein, wo ist sie hin? Das ist eine gute Frage. Oh. Hey. Hey. Was machst du denn hier? Ich wollte gerade baden gehen. Alles klar. Viel Spaß. Tschüss. Ich geboren. Okay. Fufu hatten noch vier Leben. Ich geh einfach so durch. Oh. Ja. Alles klar. Okay. Warte, 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 warte. Nein. Scheiße. Oh, das war klasse. Das war knackt. Oh, Mann. Ja, du musst durchgehen. Ich trau mich nicht. Du musst einfach drüber springen. Einfach drüber springen. Spring doch drauf. Maxi, du bist doch Yoshi. Ja, ja, schmeiß mich drüber. Schmeiß mich drüber. Los. Hui. Puh. Oh. Oh. Was ist rum? Oh. Oh. Ja, los. Patekst, ja. Patekst. Ich wurde geboombat. Also 5, 4 und. Maxi ist schon durch. 5, 4, 3. Höh. Das hat mich gestriffen. Ich habe nur noch 45 Leben. Oh, au. Ich habe Leben verloren. Ich kann auch gehen. Spring doch. Warte, warte. Ich habe eine Idee. Ja, es klappt. Das geht echt. What? Ja. Das ist ja lächerlich. Wow. Ich stand auf andere Seite und bin reingesackt worden. Das geschieht, ihr reicht, ey. Pufu? Ja. Nichts, echts. Warte. Ich will zusammen, zusammen. Arschbombe. Ich habe dich runtergestürzt. Ich wurde geschubst. Das zählt nicht. Wo ist Fufu? Bahn gegangen. Wer mag Koopa am meisten? Maxi. Kannst du essen? Ess die Koopa. Titt mich nicht, titt mich nicht. Nicht tippen, okay? Was? Ich will nur was zeigen. Guck mal, Leute. Ich bin mit dem verwandt, glaube ich, oder? Ich meine, die haben Panzer. Ich habe einen Panzer. Die haben große Nassen. Ich habe eine große Nase. Was ist mit den Zügeln? Was ist das denn? Was ist das denn? Genau, Anne. Anne sterben, er ist. Wow. Also anscheinend ist das Spiel wie für mich gemacht und ich kann einfach immer durchgehen. Hey. Ich muss nochmal zurück. Also muss ich jetzt nochmal zurückgehen? Ja. Okay, aber das nächste Mal kriegst du mit einer Armbrust ins Gesicht. Mit der Armbrust ins Gesicht. Ich schmeiß dir jetzt auch eine Armbrust ins Gesicht. Oh Gott. Die Falle kann man einfach nicht überleben, ey. Öpf. Nein, geh weg, du Rutsch. Du verpfiffst dich. Nein. Geh weg. Ich geh erst schon vor. Darf ich gehen? Ja. Ich geh. Okay. Drei, zwei. Geh, geh. Oh. Oh. Hä. Darf ich auch gehen? Oh Mann. Du darfst gehen, ja? Okay. Hä. 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 Oh nein. Oh nein. Ich hab nur noch ein Leben wie Patel. Ja, ich geh ja schon vor. Ich geh. Hä. Hilfe. Mein Fuß. Ich hänge. Ich hänge. Du kommst jetzt auf den Geister raus. Ich schlag dich. Oh. Geist, 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 Geist. Nein, 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 nein. Aaaaaah. Oh Gott. Ohohohoho. Auf zu dem. Arschbombe. Tschüss. Au. Au. Ich hab nur noch ein Leben, ne? Ich hab nur drei, deswegen lasst mich am besten vorgehen. Jessie und ich, äh, Luigi und ich sind beste Freunde. Okay. Ihr seid ja beide grün. Stimmt. Oh, ich hab's. Wie viel habt ihr noch da oben? Eins. Ihr wollt's eins. Oh. Warte. Oh, ich bin tot. Was ist die Hölle? Wir, wir ergänzen uns doch, oder? Du bist grün, ich bin blau. Was kann man mehr wollen? So kannst du dich nicht bei mir einschleimen. Musst mir schon was bieten. Das war ja eine tolle Runde. Ich hab nicht drauf. War ja eine tolle Runde. Tod. Yo, Maxi. Hör. Ach, das jetzt? Das hat gewackelt. Ja, das hat gewackelt. Ich glaub, wenn man länger drauf stehen bleibt, fällt das runter. Eigentlich müsste ich da runter springen, aber, naja, ich geh hier dann. Ich geh rein. Tschüss, Leute. Ich hab immer noch drei Leben, ne? Ja. Ja. Kann ich ja rückwärts hier lang gehen. Wow. Und, und. Spreng. Oh. Oh. Das ist ja cool. Ich bin Pro. Ich bin Pro. Oh, du schaffst das noch, ne? Ich kann dich einfach nicht killen. Ach, da kommt noch. Wow, jetzt will ich 100% sterben. Ah. 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 Nein. What? Oh. Ich bin am Anfang. Tunnelgebot. Das ist fies. Wow. Okay, okay. Das ist die letzte Falle. Hier werde ich bestimmt sterben. Ich hab noch ein Leben. Ein Leben. Okay. Alter. Fang die Hammer. Was ist das? Die Hammer, Brüder. Hammer. Oh. Ben. Ben. Du musst sie ausschalten. Werf sie runter. Ich lauf einfach vorbei. Oh shit. Tschüss. Wow. Okay, Leute, ich zeig euch, wie das geht. Warte, warte. Psch, psch. Lass den nicht aufhecken. Psch. Oh, der kommt. Oh, mein Gott. Das ist irre hoch. Das ist irre hoch. Ich geh da mal durch. Du bist gut durchgegangen. Nein, Fufu, zieh nicht deinen Schwanz immer ein. Komm hier hoch. Komm hier hoch. Jetzt ein weiter. Wir gehen gleichzeitig. Jetzt ein weiter. Und jetzt spring hoch. Jetzt musst du herkommen. Ich bin zu dir gekommen. Okay, ich zeig dir, wie das geht. H-Tex, ich geb dir vier Euro. Wir gehen gleichzeitig. Für fünf Euro. Was war das? Und dann fährt er runter. Oh, ich hab mich dran. Eins. Macht ihr das? Zwei. Drei. Drei. Ich will auch. Leute, ich hab da gewählt. Ich bin in der Mitte. Bitte da mal hoch. Ich bin da wieder runtergeflutscht. Oh mein Gott. Gehen wir zu Mario? Ich will zu Mario. Warum Mario? Nein, Mario ist doof. Nein, Mario ist gut. Er gibt mir immer Essen. Ich will wirklich Mario retten. Mario. Äh, hallo? Leute? Leute? Äh, Mario? Mario, bist du es? Mario? Mario? Oh, Tex. Tschüss. Endlich bin ich alleine. Das ist mein Universum ab jetzt. Und was machst du damit? Nur noch. Den Geist? Hallo? Ja. Was machst du mit dem Universum? Ey, komm wieder zurück in die Kamera. Was machst du damit? Das ist... Ja. Hier? Ja. Hallo? Hey. Das ist mein Universum. Nein, das ist nicht. Ich hatte den ganzen Tag. Nein. Jetzt nur noch. Nein. Du gehst jetzt die Treppen runter. Ich werde Bowser besiegen. Du gehst jetzt die Treppen runter und gehst nach Hause. Geh die Treppen runter und geh nach Hause. Tschüss. Ich habe jetzt auch auf den Boden geguckt. Super, hast du gesehen? Äh, wo sind wir hier? Ist das nicht die Welt von Mario? Das kommt hin. Warum ist hier Wasser? Oh. Wie passiert das? Was soll das denn? Bis dann. Bis dann. Komm hier nicht runter. Lauf weiter. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich komme hier nicht durch. Was ist das denn? Okay, warte, jetzt brauche ich noch ganz kurz. Ich hätte weglaufen sollen und sagen sollen, Like das Video. So ganz im Händen. Like das Video. Okay. Ein Like gleich ein Leben. Ein Like gleich ein Leben. Ihr habt es nicht geschafft. Ihr werdet sterben. Meine Goomba-Armee. Ja, meine... Nein! Ihr werdet euch festhalten. Leute, meine Kamera ist auf dem Bein. Ihr werdet brennen. Meine Kamera. Jess. Ich frag mir was. Jessi. Nob, 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 nob. Was? Patek sitzt auch? Ja. Hallo. Kriege ich später was ab davon? Ich bin abend. Nein. Ich bin schon sehr was ab. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es das Video gefallen hat, schaut doch mal bei Krautschessik vorbei. Dafür müsst ihr nur rechts auf das Bild drauf drücken. Oder ihr klickt den ersten Link in der Videobeschreibung an. Und ich denke, das war es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.